Es ist immer dasselbe. Hey, judge the party! Junge, weil alle immer dafür... Jetzt muss sie auch noch rausgehen. Paddy, deine Ex-Adder war auch bei X on the Beach. Du hast gedacht, du siehst sie nicht mehr wieder. Falsch gedacht. Alessa, du hast in der Villa ziemlich viel einstecken müssen. Wie siehst du das heute? Wie ist das für dich, wenn du die Ausstrahlung siehst? Wenn ich sie mir jetzt anschaue, ist es trotzdem auch nicht einfach, das anzuschauen. Aber eben in der Villa bist du stark. Du... Hör, tu sie doch, was soll das, Mann? Hör doch auf. Ah, ja. Es ist immer dasselbe. Hey, judge the party! Nein! Junge, weil alle immer dafür... Jetzt muss sie auch noch rausgehen. Das ist wie so ein kleines Kind, was damals in der Schule war und immer gestichelt hat mit anderen. Und auf einmal hat sie alles abbekommen und dann mach ich einen auf, ich bin jetzt Opfer. Sie stichelt doch die ganze Zeit, man sieht's doch. Jeder sieht doch, dass Alessa überall stichelt. Sie stichelt. Den ganzen Tag. Aber es ist verwerfen, also du brauchst nicht judgen, wenn sie weint. Nein, aber hä? Ich judge nicht. Nein, nein. Jetzt heulst du wieder. Ja. Weil das ist immer die Einfache, dass er waschen für sie ist. Das ist doch nicht Judgen. Ich judge auch nicht über sie. Du ziehst sie ins Lächerliche, dass sie weint. Nein, nein. Hast du gerade so gesagt? Nein, nein. Habe ich auch nicht so gesagt. Ich habe auch nicht ins Lächerliche gezogen. Oder tu sie mit mir weinen. Lass sie doch weinen. Wenn sie emotional wird, wird sie emotional. Das kann doch ihr nicht beurteilen. Ich kann es nachher zu deinen... Das ist immer der einfachste Weg für Alessa. Einfach auf die Tränendrüse zu drücken. In der Hoffnung, dass sie in dieser Opferrolle bleibt. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube jetzt, dass sie eine starke Frau ist. Und dass sie Gefühle für dich hatte in der Villa. Ich schwöre, ich glaube es ihr. Ohne Witz. Aber es gibt die Sachen, die ich halt nicht glaube. Und das kann ich offen und ehrlich sagen. Alessa. Janine, hast du gesagt, sie soll online mit auf die Hetze einsteigen und extra gegen dich schießen. Was sagst du dazu? Man hat ja gesehen, wo wir rausgegangen sind. Wir haben uns gut verstanden. Wir haben uns einigermaßen vertragen. Wir haben gesagt, hey Schwamm drüber. Es ist wie es war in der Villa. Wir machen trotzdem weiter. Wir sind zusammen aus der Villa rausgeflogen. Wir waren im Hotel. Wir haben am nächsten Tag gefrühstückt. Janine und ich an einem Tisch. Gab es auch noch nie. Aber wir haben uns wieder gut verstanden. Und haben auch gesagt, hey Schwamm drüber. Was war? Lass einfach nach vorne schauen. Wir sind keine besten Freunde. Wir werden auch nicht beste Freunde. Aber es ist einfach neutral. Das war unser Ausgangspunkt. Und ich hatte auch zu dem Zeitpunkt nichts gegen sie. Aber wenn die Ausstrahlung anfängt, sehen nur Leute, was sie da sehen im Fernsehen. Und dann kannst du nicht sagen, ja Leute, aber Schwamm drüber. Wir sind trotzdem beste Freunde jetzt. Du musst darauf eingehen, was in der Villa war. Es gab auch Gespräche, die ich nicht mal gesehen habe. Die habe ich auch zum ersten Mal gesehen im Fernsehen. Das heißt, du musst darauf eingehen, was in dem Moment, in der Folge passiert. Ich kann nicht sagen, ja Leute, ich habe ihr gerade eine Ansage gemacht. Aber eigentlich habe ich sie voll gern, weil wir haben uns wieder vertragen. Dann spoilere ich. Und ich will die Leute auch nicht spoilern. Deshalb habe ich ihr gesagt, guck mal. Nimm es nicht persönlich. Aber ich muss da auf die Folgen eingehen. Das ist, was ich gerade sagen muss. Weil es gehört zum Kontext. Es gehört zur Show. Ich sehe also, das gehört zur Serie. Ich sehe auch nur das, was sie gerade auch Aussagen gemacht hat. Die wusste ich zum Beispiel beim Auszug gar nicht. Hätte ich die vielleicht gesehen. Hätte ich vielleicht auch wieder anders gehandelt beim Auszug. Weil ich ja auch nicht gesehen habe, wie sie Aussagen getätigt hat, wo ich nicht dabei war. Alessa und Pavi, wie ging es für euch nach Ex on the Beach weiter? Wir haben seit Ex on the Beach täglich Kontakt. Wir haben aber auch, wie ich glaube alle anderen Personen, unsere Höhen und Tiefen gehabt. Wir hatten auch nicht einfache Zeiten. Vor allem muss man auch bedenken, man lernt sich dort in einem Szenario kennen. Das würde ja niemals in der Realität so passieren. Das heißt, wir kamen aus dieser Villa raus. Wir mussten uns von Null auf neu kennenlernen. Als die Personen, wie wir auch in der Öffentlichkeit mit Job sind, mit Hund sind, mit Arbeit und allem drum. Da musste man sich nochmal im Alltag neu kennenlernen. Haben wir gemacht. Wir hatten unsere Schwierigkeiten. Oh, danke. Wir hatten unsere Schwierigkeiten. Es war auf jeden Fall nicht einfach. Aber wir haben trotzdem immer wieder zurückgefunden. Wir haben ihn gefunden, ja. Ihr hattet nicht täglich Kontakt. Willst du beurteilen? Ich habe mich mit Paddy getroffen. Ich weiß nicht. Willst du beurteilen? Ich habe mich mit deinem Paddy getroffen. Ja, trotzdem waren wir vielleicht in Kontakt. Getroffen, getroffen. Ja, wir haben uns in dem ersten Stück gerade gesehen. Also wir haben uns abgemacht, dass wir uns vor Sans treffen. Ja, genau. Kurz quatschen, ja. Und beim kurz quatschen... Was habe ich zu ihr gesagt? Ich habe zu ihr gesagt, es ist kompliziert. Ne. Doch, habe ich gesagt. Weiß ich noch ganz genau. Ich weiß sogar alles, was ich anhatte. Alle haben Höhen und Tiefen. Hattest du immer nur mit deinen... Ich weiß nicht, wie es bei euch damals war. War es immer nur so. Ne, ich habe nicht von Höhen und Tiefen geredet. Also. Ich habe nur geredet, dass er nicht durchgängig Kontakt hatte. Ah, und du weißt, dass wir in dem Moment nicht geschrieben haben. Das weißt du, weil du im Chat warst. Ne, weil er mir es ja auch so erzählt hat. Stimmt halt nicht. Kannst du jetzt sagen. Stimmt halt nicht. Doch, Maas. Echt. Du sagst, du sagst so, ich sag nicht. Na klar musst du dich jetzt in Schipz. Hä? Na klar musst du dich jetzt in Schipz sehen. Bist du Klin von Deutschland oder das? Nein. 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 Ich habe gesagt, es kompliziert. Ich weiß ganz genau noch. Nein. Sie war nicht dabei. Lass sie reden. Was ist euer Beziehungsstatus? Wir möchten es für uns privat halten. Ja. Elli, mach deine Kommentare, wie du sie willst. Es ist unsere Entscheidung. Wir möchten alles, was wir haben, privat halten. Weil es für uns einfach so am besten funktioniert. Und es ist unsere Meinung, es ist unsere Entscheidung. Viel Glück. Und die musst du akzeptieren. Alessa, wie hast du Paddy von dem Kuss mit Usoma erzählt? Paddy, wie stehst du dazu? Als ich die Villa verlassen habe ... Kannst du erzählen, oder? Also, immerhin. Wir haben ja dann direkt, als du die Villa verlassen hast. War ich damals, ich weiß noch ganz genau, das war in Berlin war ich damals. Und dann war ich morgens mit Zeifferschiebung. Ich bin um sechs Uhr. Ich war im Club damals mit Flocke. Und ich konnte nicht schlafen und ich habe bis morgens um sechs Uhr wach. Auf einmal sehe ich es so, du hast meine Anfrage angenommen und hast mir geschrieben. Instagram. Instagram. Und dann haben wir da bis morgens um neun Uhr telefoniert. Und sie hat mir alles erzählt. Und das sage ich auch euch. Sie hat mir alles erzählt. Sie hat mir die Küsse erzählt. Sie hat mir das erzählt, dass einmal ... Es gab einmal außerhalb von einer Party einen Schmatze. Das war da, wo ... Ja, ja. Worum wir gesehen haben, ja. Genau. Das war da. Und die anderen Küsse waren auf einer Party. Und ihr wisst, wie es auf der Party war. Und das sieht man auch. Also man hat es gesehen. Das waren die Küsse. Sie hat in meinem T-Shirt geschlafen. Auf einer Beach wird aber keiner dazu gezwungen, auf einer Party jemandem die Kamera zu kürzen. Ich sag doch, ist doch jetzt egal. Ich erzähl's einfach nur, okay? So ein freier Küsse. Keiner wird gezwungen. Sie hat mir alles erzählt. Jetzt im Nachhinein, als ich's angeschaut hab. Es ist nicht schön, das trotzdem zu sehen, wenn man eine Frau kennenlernt. Sag ich ehrlich, ist nicht schön. Ich hab's drüber geredet. Ja, aber sie hat mir alles erzählt. Und ... Auch jetzt während der Ausstrahlung haben wir die ganze Zeit drüber geredet, wie's dir dabei ging. Das ist nicht einfach. Ich glaube auch jeder, der das sieht, ist nicht einfach, das zu sehen. Für sie war's bestimmt auch nicht einfach, diesen Kuss mit Juliette zu sehen. Ähm ... Aber ich sag's auch noch mal. Ich hab's ... Ich hab schon mal einen Kommentar dazu geschrieben. Ich hab Scheiße gebaut. Ich hab auch nicht verlangt, dass sie dann mit mir geht, okay? So mäßig. Ich hab zu ihr gesagt, in einem Raum ... Ich will, dass sie noch Spaß hat. Ich hab zu ihr gesagt, du bist hier, wir sind bei Ex on the Beach, wir sind in Mexiko. Sonne, alles, hab deinen Spaß, okay? Sei nicht in der Ecke und heu, sondern hab deinen Spaß. Und ich kann ihr, deswegen kann ich ... Ich hab Scheiße gebaut und deswegen, auch wenn ... Sie hat das dann auch gemacht, also mäßig ... Sie hat mit Uso dann auch geküsst. Ihn auch geküsst, so ... Kann ich nicht sagen, sie hat mir alles erzählt. Wir waren ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht offiziell zusammen oder sonst was. Wir waren in der Kennenlernphase. Ja. Natürlich ist Scheiße so was, aber ... Da sind mehrere Sachen vorgefallen, wir haben drüber geredet. Ich kauf euch gar nix ab. Das ist doch nicht, Ali, wir müssen dir nix beweisen. Ich weiß ... Aber seid ihr jetzt ein paar oder nicht? Natürlich sind wir privat. Du kannst mich anhalten. Alessa, im Aftershow-Podcast sagt Joshua, du würdest nur eine Influencer-Beziehung wollen. Hören wir mal rein. Darf ich was sagen zu der Situation? Was ich auch witzig finde. Wir haben ja am Anfang alle vorgeworfen, ich stehe nur auf blauen Haken. Hast du auch. Hat Palin blauen Haken. Kriegt er noch, er kauft sich jetzt einen für dich. Aber wir wissen ja auch nicht, ob ihr zusammen seid oder nicht. Am Ende des Tages bin ich der Meinung, ich glaube, das wissen auch viele oder das sehen viele auch so als Außenstehender, dass für mich Alessa auf der Suche nach jemandem ist, mit dem danach so Temptation gehen kann. So bei mir hat das nicht geklappt. Okay, Fabi greift mal an und so. Hat auch nicht geklappt. Okay, wer kommt rein? Party kommt rein. Yeah, nächster. Und hätte das mit dem nicht geklappt, dann wäre der Nächste gekommen. Sie will diese, meiner Meinung nach, so wie das rüberkommt für mich, wie ich sie kennengelernt habe da drin, möchte sie unbedingt diese Influencer-Beziehung, weißt du, was ich meine, so, um dann Sommerhaus und dann da rein und da rein und so. Und ich feiere sowas halt nicht, wenn man das auf Krampf so heraufbeschwören will, weißt du? Ist vollkommen in Ordnung, ist seine Meinung. Er ist auch eine Person, die mich nicht kennt. Er hat mich irgendwie vier Tage in der Villa kennengelernt und er muss mir nichts erzählen von wegen von dem Mann zu dem Mann. Also er war ja auch gefühlt bei eben zehn Frauen oder sowas. Also muss er mir da gar nichts erzählen. Ich habe schon immer, auch schon vor Exxon Reach, in öffentlichen Q&As, in Instagram gesagt, wenn ich mal eine Beziehung habe, werde ich sie privat halten, weil ich einfach nicht möchte, dass andere Augen oder andere Leute sie kaputt machen können, weil was dir wichtig ist, halte ich privat. Das ist meine Entscheidung und meine Meinung dazu. Muss kein anderer verstehen, das ist meine Sache. Patti. Bei Exxon Reach wolltest du zuerst Edda zurückgewinnen, dann hast du dich plötzlich doch für Alessa entschieden. Wie kam es dazu? Ich wollte. Ich habe Edda, ich habe in der Zeit, wo dann Edda da war, habe ich nicht mehr viel mit Ali geredet oder sonst irgendwas. Ich habe Edda das alles gesagt. Ich habe ihr zweimal gesagt. Also diese Gespräche, wo auch gezeigt wurden. Es waren tatsächlich auch die einzigen Gespräche, die ich mit ihr geführt habe. Du hast sie auch immer wieder versucht zu besprechen. Ja, und ich habe immer gefragt, können wir reden, können wir reden. Ich musste battle-mäßig, dass ich mit ihr reden kann und ihr das erklären kann, dass mir alles leidtun, dass ich es nochmal will. Aber sie war so kalt zu mir, das hat man ja gesehen. Und was ich auch noch zu sagen will, ich komme einen Tag rein, also sie ist einen Tag drin, sie ist direkt abends mit Fabi. Okay, kann sie machen, ich judge sie nicht dafür, irgendwas, sonst irgendwas. Sie kann das machen, sie kann ihn auch direkt küssen, aber es hat mich verletzt. Es hat mich verletzt einfach so in dem Moment. Und wenn ich sowas sehe und sie wird dann auf einmal close mit ihm, sie verbringt Zeit mit ihm, sie läuft Händchen haltend vor mir rum, soll ich dann aufhören? Also darf ich dann nicht andere Frau kennenlernen? Vor allem war das ja auch eine Sache, die wir niemals erwartet hätten, dass wir uns da drin so gut verstehen. Ja, ja. Es kam ja irgendwie aus dem Nichts, dass wir ein Gespräch hatten auf diesem Sofa. Und in den ersten Tagen war es ja, du zum Beispiel warst du mit Joshua. Ich war mit Edda beschäftigt und dann kam es halt zu den Gesprächen und wenn, ja. Patti, deine Ex-Edda war auch bei Ex on the Beach. Du hast gedacht, du siehst sie nicht mehr wieder. Falsch gedacht. Hallo, Hallöchen, Friends oder vielleicht auch Nicht-Friends. Wie ihr sehen könnt, kann ich heute leider persönlich nicht dabei sein, weil ich busy bin. Wobei leider, ich denke mal, dass der ein oder andere sich sehr darüber freut, weil die Argumente vielleicht höchstens dafür ausreichen, hier gegen mein Video anzukommen. Aber egal, habt ihr auf jeden Fall heute nochmal Glück gehabt. Aber RTL hat mir netterweise schon ein paar Fragen zukommen lassen und die habe ich für euch beantwortet. Hast du nach Ex on the Beach nochmal mit Patti gesprochen? Also ich kann euch erzählen, was nach dem Auszug passiert ist. Als ich aus der Villa von Ex on the Beach gekommen bin, habe ich als erstes einfach erstmal einen großen Schluck Wasser genommen und als zweites den Patti überall blockiert und das hat sich richtig, richtig gut angefühlt. Und das war der richtige Move. Seitdem hatten wir keinen Kontakt mehr, haben nie wieder miteinander gesprochen. Er hat sich nicht gemeldet. Achso, er konnte ja auch nicht. Also I'm sorry, falls du das wolltest. Und ja, damit hat sich das Ding vorbei. Ah, doch was? Moment mal. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten meinen Geburtstag gefeiert, habe das auch ein bisschen größer gemacht, einige Leute eingeladen, auch ein paar Leute von Ex on the Beach. Und da hat mir dein guter Freund Barkin tatsächlich erzählt, dass du Patti auch gerne gekommen wärst. Das finde ich ja sehr interessant, einfach random zu meinem Geburtstag kommen zu wollen, und obwohl du nicht in Weite bist, mich gleichzeitig im Internet als Clown betitelst und auf dem Schoß von Alessa liegst, das macht für mich wenig Sinn. Also da muss ich kein Mathematiker sein, diese Gleichung, die gibt es in meinem Kopf nicht und die geht auch in keinem Universum auf. Also offensichtlich bist du genauso wahrnehmungsgestört wie auch bei Ex on the Beach. Cool. Das war so ein paar Momofare, stimmt. Barkin hat mir geschrieben, er geht's. Ich war ja Micha, ich bin ehrlich zu dir. Wir haben uns da drin ganz normal verstanden. Wir wollten auch mal danach, wollten wir mal feiern gehen, so. Und dann hat Barkin mir so gesagt, ja, du hast, weiß nicht, eine Bar oder so, keine Ahnung. Er hat gesagt, da wird gefeiert und dann hat Barkin so gesagt, wie witzig das wäre. So wie ich halt auch ihr gegenüber da ab und zu gestichelt habe, bin ich halt einfach so hingegangen. Habe ich Barkin gesagt, check mal ab. Würde ich nicht feiern, wenn mein Franz so einen Move machen würde gegenüber meiner Ex on the Beach. Habe ich es gemacht, war ich am Ende auf der Party. Übrigens habe nicht ich hier geschrieben, sondern Barkin hat mir jetzt nicht so gefragt, okay. Aber sonst, was sie gesagt hat, stimmt. Sie hat mich blockiert, Insta direkt, Whatsapp alles. Da war ich nicht traurig darüber, sage ich euch ehrlich. Aber ich will doch nicht auf eine Party gehen von jemandem, wenn ich schon blockiert bin. Man kann auch mal eine Kommokantin-Sprobe drücken. Es war ein Joke, ich, ich, ich und Barkin... Es war ein Joke, okay. Es war ein Joke, okay. Es war kein Joke. Es war kein Joke. Okay, Paddy. Was sagst du zu Eddas Video? Wolltest du wirklich auf ihre Geburtstagsfeier gehen? Nein, ich wollte nicht auf die Geburtstagsfeier. Ich habe mit Barkin geredet, telefoniert, wir haben gelacht. Es war ein Joke. Wie es für mich und Christian weiterging, ob das alles echt war oder nur für die Show. Wir haben ja mäßig als Couple die Villa verlassen. Und ich wollte draußen am Tag, den wir noch in Mexiko verbracht haben, zusammen erstmal ein bisschen Privatsphäre, also ein bisschen Zeit für mich. Ja, dann war das so, dass ich in unserem Hotelzimmer duschen gehen wollte. Und dann direkt der Satz kam, duschen ohne mich. Und ich dachte mir nur so, ja, Christian, ich will jetzt tatsächlich einfach mal alleine duschen gehen, mich waschen, mich vielleicht auch mal rasieren. Und dann ist der abgegangen wie eine V6, hat angefangen seinen Koffer zu packen, seine Sachen da rein zu schmeißen, wie ein trotziges Kind. Und meinte, du bist ganz anders als in der Show, du bist fake. Ja, und da hat er mir irgendwie auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Seite von sich gezeigt, die ich so auf jeden Fall nicht cool fand. Und da habe ich gemerkt, okay, vielleicht matcht das nicht ganz so, wie es sich unter Alkoholeinfluss angefühlt hat. Ja, er hat sich dann tatsächlich in der Nacht nochmal entschuldigt bei mir, bevor er nach Hause geflogen ist. Und wir haben dann auch noch kurz miteinander geschrieben, aber es hat sich dann irgendwo auch ein bisschen verlaufen. Unser Verhältnis ist non-existent, also wir haben keinen Kontakt, wir folgen uns nicht, wir haben nicht mehr miteinander gesprochen, kommuniziert. Da ist halt einfach zero und ja, das wird, denke ich, auch so bleiben. Eines sein muss ich auch noch sagen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich für sie und alles, auch dann, als sie das mitbekommen hat und so, war wahrscheinlich nicht einfach für sie. Dass ich dann mit Alessa, dass sie da geschlafen haben, das weiß ich, ist wahrscheinlich auch nicht schön für sie gewesen. Ich denke, wir werden getrennte Wege gehen, also wir werden nie wieder reden oder sonst. Aber wenn ich sie sehe, würde ich hier Hallo sagen, ganz normal. Ja, das wollte ich nur noch gesagt haben, dass sie jetzt irgendwie... Misha und Edda. Misha, aus Christian und Edda ist nichts geworden. Doch auch du hattest ja Interesse an ihr. Wie ging es nach der Show mit euch beiden weiter? Habt ihr euch wieder gesehen? Wir schauen mal rein. Jetzt bin ich gespannt. Also die Frage war dann tatsächlich noch, wie es mit Misha nach der Show weiterging. Und wie gesagt, hat er mich tatsächlich auch direkt danach angeschrieben. Ich habe mich auch tatsächlich darüber sehr gefreut, weil ich dann doch wissen wollte, okay, wie ist der draußen so drauf. Dann haben wir ein bisschen hin und her gechattet und uns tatsächlich dann auch in Berlin getroffen. Ja, aber das war irgendwie eher so ein freundschaftlicher Vibe. Deswegen ist da tatsächlich auch nichts draus geworden. Wir haben auch gar keinen Kontakt mehr. Mittlerweile... Und schlecht. Ja, ich wollte euch jetzt eigentlich mal verarschen, aber das hat irgendwie wieder nicht geklappt. Gut, dann anders, dann musst du jetzt dazu kommen. Okay. Ja, also wie es gekommen ist, keine Ahnung. Also ich glaube, wir wissen es beide nicht. Und wie der Zufall ist, heute sitzt es mir jetzt hier. Es hat tatsächlich genauso angefangen, wie ich es gerade erzählt habe. Also, Micha hat mich direkt nach seinem Rauswurf bei Exxon Beach angeschrieben. Ich habe mir gedacht, scheiße, ich habe mir die Frau meines Lebens durch die Lampe gehen lassen. Jaja, genau, das hat er sich gedacht. Hätte ich vorher gewusst, was kommt, das habe ich nie abgeschickt. Irgendwie sind wir dann doch ins Gespräch gekommen und... Ach, ins Gespräch gekommen sind wir? Ja, wir haben dann ein bisschen miteinander geschrieben. Und auf einer ernsten Basis nochmal treffen und gucken, okay, kann das was werden? Ich hatte auf jeden Fall schon Interesse, aber Micha, der hat richtig Bock auf ein Treffen. Und dann kam unser erstes Treffen und das war... Hallo, hallo! Dann kam unser erstes Treffen und das war einfach noch schlimmer als jeder Abend bei Exxon Beach. Ja, super toll mit meinen Freunden. Schönen Geburtstag gefeiert, war ein Mann frei. Also... Einen schönen Abend. Ja, erzähl doch mal. Juno, ich habe Geburtstag gefeiert und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich brauche noch eine schöne Geburtstagsbegleitung. Und da habe ich mir die Änderung eingeladen. Ja, und Micha war wirklich wieder komplett voll. Und... Ganz smooth. War komplett voll. Ich dachte mir, super, jetzt habe ich schon wieder nicht den richtigen Micha kennengelernt. Nach diesem Treffen bin ich einfach nicht schlauer als vorher. Und dann dachte ich, scheiße, muss ich den nochmal treffen. Das Treffen war dann tatsächlich auch ein bisschen besser und dann irgendwie... Seitdem sehen wir uns gefühlt jeden Tag. Ja, nicht gefühlt, wir sehen uns jeden Tag. Wir sehen uns jeden Tag. Also wir sind gefühlt schon beieinander eingezogen. Mein ganzer Kleiderschrank ist bei Micha. Micha muss hier schon meine Betten machen. Also das ist irgendwie... Und Ihre Wäsche wasche ich auch? Gar nicht. Ich wasche die ganze Zeit Deine Wäsche. Ich wasche Deine Wäsche zu Hause immer. Wie sind wir jetzt... Wie lange sind wir jetzt zusammen? Halbes Jahr irgendwie in so den drei... Du weißt das Datum nicht, ne? Doch, doch. Der 19. April. Wie ist der 19. April? Naja, drei Tage. Mehr oder weniger ist jetzt nicht so schlimm. Das macht schon einen Unterschied. Ne, drei Tage... Ja, super. Da fängt es schon an. Also eigentlich können wir uns jetzt gleich wieder treffen. Aber, ähm... Ja. Irgendwie mögen wir uns, ja, ne? Kollege. Ist doch Hype. Ja, also euer neues Ex on the Beach Traumpaar nicht. Aber... Also wir sehen uns ganz... Wir sehen uns ganz gut zusammen aus. Ja, ganz cute sind wir. Ja. Das war's dann auch. Schön, freut mich. Glückwunsch. Danke. Ja, wir haben uns halt wie gesagt danach wieder getroffen. Ähm... Ich würd sagen, am Anfang war's so ein bisschen... Dass Edda da einfach mehr Intuit war. So wie man sagt. Und da war ich so ein bisschen der so... Ja, bisschen passiv und hab gesagt, ja, ganz entspannt. Und weiß nicht, irgendwann hat sich das Blatt so gewendet. Dann war ich auch voll in Love, wie es ja bei Männern ist. Die lieben dann irgendwie erst später. Und ja, jetzt führen wir eine komplett verrückte Beziehung. Keine Ahnung, streiten zweimal am Tag. Vielleicht auch manchmal dreimal. Das ist unbekannt. Ja, wir stehen auch dazu. Ist alles gut so. Wir arbeiten stetisch irgendwie dran, dass es besser wird. Aber es ist schon manchmal sehr herb. Aber ich glaub, gerade weil so viel Emotionen hinterstecken bei uns beiden. Und ja, das ist halt manchmal... Aber ihr liebt euch und ihr seid glücklich. Genau, wir lieben uns. Wir sind glücklich und wir fangen uns auch immer wieder nach einem Streit, ja. Wie war so Ausstrahlung für euch beiden so? Ganz hart. Ganz hart. Also die Zeit ist ganz hart. Ich mach jetzt drei Kreuze, wenn es vorbei ist. Ja. Ich bin halt auch so ein Mensch. Ich kann nicht mit angucken, wenn meine Freundin da irgendwie so mit anderen ist und so. Und ja, da gibt es halt eine Person drin, die da ein Riesenthema ist. Und keine Ahnung, ich krieg jedes Mal mit mir schlecht Herzrasen. Ich könnte irgendwas aus dem Fenster schmeißen. Also weiß nicht. Der Anbauwand, irgendwas könnte ich rausschmeißen, sobald ich da irgendwie was sehe. Etta macht immer so dann einen auf cool. Ne, sie ärgert es nicht bei mir. Die ist ausgerastet wegen unserem Kuss. Ich weiß nicht, ich hab mit ihr geschrieben. Heute noch, sagt sie, sie ist dann ausgerastet, die hat mir das immer nur geschickt, geschickt, ja. Und ich sag, was schickst du mir denn jetzt diesen Kuss? Fünfmal, ja. Bei Instagram dreimal, bei WhatsApp fünf Bilder. Denkst du, ja ich seh das überall. Ich seh das nicht auch. Ihr habt mit ihr geschrieben. Und ich sag so, hä, du sagst, du hast gar kein Problem und ich soll mal cool down. Ich soll nicht immer so angespannt sein, wenn ich sie sehe, ja. Komplett ausgerastet. Da war auch Streit, keine Ahnung. Der eine Streit war vorbei, dann ging der nächste abends wieder los und ganz schlimm gewesen. Deswegen drei Kreuze, wenn es vorbei ist. Und ich glaub, dass sich dann unsere Beziehung auch nochmal so ein bisschen beruhigt wieder. Das war ja nur ein Freundschaftskuss. Ja. War's. Genau. Ja. Ich glaub... Ich sagst ja Grüße, dass es mich freut für euch beide. Danke. Ehrlich. Toll, toll, toll. Kommt von Herzen. Danke. Wirklich. Euch auch, falls da was ist. Weiß es ja nicht. Ah, Micha. Wie ist dein Verhältnis zu Christian? Ja, also mit Christian und mir gibt's halt kein Verhältnis. Ich bin, würde ich sagen, noch aus der Villa ausgezogen. Und da war ich jetzt nicht so, wow, den Christian hab ich mega doll gefressen. Klar hat es mich so ein bisschen angetriggert, dass er da mit meiner Freundin oder jetzigen Freundin dann auch noch nach mir war. Das hat mich schon sehr, sehr doll getriggert, weil ich natürlich auch gehört hab, wir sind alle raus, Edda und ich haben uns kennengelernt und die anderen haben mir auch erzählt, ja, guck mal, das und das war noch... Das heißt, ich wusste das schon vor Ausstrahlung. Aber so ein bisschen der Vogel wurde, glaub ich, abgeschossen, wo ich die Folgen gesehen hab und wie Christian einfach dort spricht. Also auch, fängt an, ja, stehen auf richtige Männer. Okay, gut, lass ihn noch so ein bisschen über mich herziehen. Alles okay, nehm ich so, also nehm ich mit Humor. Aber dann irgendwie anzufangen, ja, guck mal, jetzt geht er da, wie wenn er bei seiner Mutter irgendwie heult, so. Das ist für mich einfach irgendwie ne Grenze, die dann überschritten ist, weil ich zieh nicht ne Mutter mit rein und ich wollt's nicht so drastisch sagen, aber es gibt halt Leute, die haben gar keine Elternteile mehr und der weiß gar nicht, ob meine noch da ist. Also meine ist da, da geht's gut, ja, alles super, aber ich kann nicht ne Mutter mit reinziehen. Und das ist dann so unterste Schublade. Und natürlich glaub ich dann die Emotionen noch, die ich dann mit reinbringe, weil ich mir dann irgendwie das angucke, dass meine Freundin noch mit ihm war und ja. Hat Edda denn auch schon Pamela Reif kennengelernt? Bekommen wir da vielleicht mal ein Workout zu sehen? Ne, Edda und Pamela haben sich noch nicht kennengelernt. Aber, bekommen wir mal ein Workout zusammen zu sehen, oder? Das weiß ich nicht, wir werden sehen. Wie war es für dich, aus der Villa geschmissen zu werden? Ja, also vom Prinzip, wo diese Frage kam, wusste ich in dem Moment direkt, okay, jetzt bin ich halt dran. Und man rechnet ja schon vorher. Ich finde, ich hätte es null erwartet in dem Moment. Also ich wusste es direkt. Ich habe es im Gefühl gehabt. Und also das heißt, ich gehe jetzt zur Ex on the Beach und dann rechne ich ja damit, dass ich da rausfliegen kann. Klar, ich war traurig, dass es so kurz war, definitiv. Aber ich glaube, manchmal ist es sogar besser und jetzt, wo ich im Nachhinein Ex on the Beach gesehen habe, manchmal ist es besser, kürzer drin zu sein, als manche Personen, die sind da lang drin und die gehen halt unter. Und deswegen habe ich es schon eigentlich gut aufgefasst, dass ich da dann rausgeflogen bin. Ich habe bei Steffi halt das Gefühl gehabt, dass Steffi mich so ein bisschen rausgeschmissen hat, weil, ich will es jetzt irgendwie vorsichtig ausdrücken, aber weil ich habe ja auch kein Interesse so richtig bei ihr gezeigt. Und ich glaube halt, hätte ich vielleicht da einfach auch ein bisschen mehr gezeigt. Ich war überall so ein bisschen. Und ich glaube, das hat mir am Ende so ein bisschen, da habe ich mir selber irgendwie ein Bein gestellt und deswegen bin ich hingefallen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie vielleicht schon gewünscht hätte, dass ich mehr auf sie zugehe, aber das ist jetzt erstmal meine Vermutung. Ich habe es nicht gemacht und dann ist die logische Schlussfolgerung, dass sie mich rauswirft. So ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, was in ihrem Kopf drauf abging, aber für mich hat es auch ein bisschen dann so gewirkt, als wäre es eine Freundschaftsentscheidung Christian gegenüber, weil du hattest ja zu dem Zeitpunkt, aber das finde ich halt schade, weil es ist Ex on the Beach, weil du hattest in dem Moment aber mehr mit Edda, da war noch was mit Janine und sonst was. Du hast halt dich interagiert. Ich glaube für Steffi war das in dem Moment auch eine sehr schwere Entscheidung und in dem Moment hätte, glaube ich, keiner gewusst, wie man argumentieren soll oder es gerät mal aus der Schiene und in dem Moment, für mich war es auch scheiße gewesen. Steffi hat in dem Moment für sich entschieden. Am Ende des Tages hat es für eine Beziehung mit Edda gereicht. Umso besser, ja. Du hast ein Happy End bekommen. So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, wir konnten alle Fragen für euch beantworten. Schaut auf jeden Fall auch alle anderen Videos auf diesem Kanal an. Oder schaut euch die Storys auf Ex on the Beach an, auf RTL Plus. Tschüss. Ciao. Ciao.